Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 251 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Momentan bin ich noch nicht davon überzeugt. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Momentan bin ich noch nicht davon überzeugt. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Momentan bin ich noch nicht davon überzeugt. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. Wo heute weiße Steine sind, war vorher eine breite Tür. Holzlatten sind bereits auf dem Dach des Hauses. Holzlatten sind bereits auf dem Dach des Hauses. Morgen wird das Dach gedeckt. Holzlatten sind bereits auf dem Dach des Hauses. Morgen wird das Dach gedeckt. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Ich stimme der Entscheidung zu. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Ich stimme der Entscheidung zu. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Ich stimme der Entscheidung zu. Die Einkaufskörbe im Supermarkt sind aus Plastik und haben viele verschiedene Farben. Im Wohnzimmer wurden neue Heizkörper mit Thermostatventilen installiert. Es regnet so stark, dass ich durch die Autofenster kaum etwas sehen kann. Es regnet so stark, dass ich durch die Autofenster kaum etwas sehen kann. Es regnet so stark, dass ich durch die Autofenster kaum etwas sehen kann. Der Motor läuft nicht mehr. Anna braucht einen Automechaniker. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Ich bestätige Ihre Reservierung. Ich bestätige Ihre Reservierung. Ein Tisch für acht Personen. Ein Tisch für acht Personen. Morgen Abend um 20 Uhr. Ich konnte heute Morgen kein Teesieb finden. Deshalb habe ich Kaffee getrunken. Ich konnte heute Morgen kein Teesieb finden. Deshalb habe ich Kaffee getrunken. Du musst jetzt aufstehen. Deine Arbeitszeit beginnt in einer Stunde. Du musst jetzt aufstehen. Deine Arbeitszeit beginnt in einer Stunde. Wir haben das Problem gemeinsam erfolgreich gelöst. Wir haben das Problem gemeinsam erfolgreich gelöst. Ich bin ein Fußballfan und gehe zu jedem Spiel meiner Mannschaft. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Das Gewicht von gefrorenem Schnee erhöht die Gefahr, dass Äste abbrechen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide mich mit dem Kopf. Ich schneide mich mit dem Kopf.